hallo und herzlich willkommen bei reddog gamble ich bin heute wieder auf die machen und heute habe ich das spiel genauso wie gestern ich jetzt mal starten und dann mal wieder jede runde einmal spielen und schauen wie gut ich bin gestern haben wir ja aus versehen einmal gekickt oder spiel hat sich geschlossen aus versehen ich hoffe das passiert heute nicht 12 stunden ok zippa bohwan noch mal die die buffs ach mensch na egal brauche ich nicht so dann fangen wir mit einem schnellen spiel an um einmal warm zu werden ich nehme mal gleich hier natascha so wie es okay wie bis Das war's für heute. Okay. Okay. Oh-oh. 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 So-oh. Oh-oh. 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 Ja, springen! Oh, die haben schon einen Träger. Ja, springen! Ja, springen! WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Noch einer. Ah, okay, zwei. Jawohl. Das war schon mal ein Sieg. Da bin ich. Ja, ganz oben. Nummer eins. Oh, was Neues dazu gekriegt. Okay. Na gut. Jetzt kommt ein Nachschi. Das hat, glaube ich, jeder gegen jeden. Und da war ich gestern, soweit ich weiß, auch gewonnen. Okay. 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 Jetzt geht's los. Okay. 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 detention. Okay. 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 Das war's für heute. Oh, mein Internet, Scheiße. Scheiße, Scheiße. Okay, dann schwirr mal mit Natascha wieder. Okay. 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 Das war's für heute. 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 Oder mit mir. Wir nehmen. Das war's für heute. 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 Aber so. Ah, die Runde war nicht ganz gut für mich. Das war's für heute. Ah, nur der zweitbeste. Aus meinem Team natürlich. Umgegen habe ich jetzt gleich nachgeschaut. Dann kommt jetzt die nächste Runde und die letzte Runde. Anarchy hatte Angst heute vor mich. Es gibt heute keine Red Dog Anarchy. Ich habe jetzt die Runde und die Runde und die Runde. Das war's. Wir fangen mal bei diesem Punkt an und starten mit True Define. Das war's. Das war's. Das war doch ein Zacken zu viel. Okay. Okay, der ist jetzt weg. Der ist hinüber. Und da kommt der Nächste. Okay. 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 Na? Das wird er nicht überlegen. Okay. Okay. Triple kill. Okay. Kein Trübel. Jawoll. Einer ist noch da. Und? Jawoll. 20 zu 14. Ja. Gut, das waren jetzt alle Kämpfe. Ach, ich war schon wieder nur der Zweitbeste. Schade. Okay. Okay. Keine Ahnung. Danke. Gut, ich würde mal sagen, was fassen wir denn für heute? Wir haben da jetzt allerdings eine Schlacht weniger gemacht. Ich glaube die Herstellung von 100 Bauteilen eines beliebigen Roboter oder Ausrüstungsgegenstand den Auftrag. Was für Maschinen habe ich jetzt eigentlich zur Verfügung? Ohr. Den hab ich, den hab ich Den, den, den Und den noch Hier sind die, die ich mir kaufen kann Der ganz kleine Und was ist der größte, den ich mir holen kann Den hab ich ja leer Bis dahin Griffin 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 hab ich auch Fujin hab ich auch Den hab ich nicht Ist der besser wie Fujin 127.000 Oh ja Ok, da kriegst du auch 4.000 Gold Oder 4.000 Au Was auch Au für ne Werbung ist Lesch Der hat noch ne starke Panzerung Fuji Der hat nach Dern 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 B Dern Dern Untertitelung. BR 2018 Ja, ich müsste noch mal irgendwie verbessern. Wie ging das noch mal? Wie ging das? Aufrüsten. Ach, ich habe erst noch die Verbesserungen am Laufen. Na gut. Gut, das war es dann für heute. Ich habe mir auch schon das Ticket abgeholt vorhin. Den kann ich mir noch gar nicht holen, den kann ich mir mal anschauen. Lech war der größte oder stärkste bei mir zur Zeit. Das steht gar nicht hier drin. Na ja. Sieht aber auch cool aus hier. Infa. 1, 2, 3, 4 Waffen. Nicht schlecht. Ich denke mal, ich bin mit meinem Robotern schon sehr gut dargestellt oder aufgestellt. Da ist Lech. Gut, 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 gut. Also dann, ich beende das Spiel. Das Ticket habe ich schon geholt. Deswegen sage ich schon mal Dankeschön fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dann. Ich wünsche euch viel Spaß. Ich gehe trotzdem noch mal auf der Seite. Und auf Wiedersehen. Ciao, ciao. Ciao.